Was geht ab Leute, ich bin's mal wieder, euer GrandVolot hier und willkommen zum E-Stack Tutorial auf Firebase Z. Ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit und starten direkt mit den Voraussetzungen. Eigentlich gibt es nur eine Voraussetzung und zwar müsst ihr wissen, wie ihr den Strom und damit auch Packet Punch aktiviert. Ich denke, die meisten von euch sollten es wissen, es gibt drei Äther Generatoren, die angemacht werden müssen und mehr muss man eigentlich nicht machen. Wenn ihr ganz neu seid, dann habe ich dazu noch ein separates Tutorial für euch, werde ich euch jetzt mal in die Infokarte packen. Wenn ihr Packet Punch bzw. den Strom aktiviert habt, kann es losgehen mit dem ersten Schritt. Dieser besteht darin, mit Ravanov zu sprechen. Der befindet sich direkt neben Packet Punch und ihr müsst einfach die Aktionstaste gedrückt halten. Nach dem Gespräch begebt ihr euch zu Dr. Pack. Dieser befindet sich neben einem Äther Generator, wo genau seht ihr jetzt auch im Video und mit dem müsst ihr auch einfach ein bisschen quatschen. Wenn ihr mit beiden gesprochen habt, dann begebt ihr euch wieder zu Packet Punch, sprich zu Ravanov. Dieser wird euch jetzt eine Karte geben. Mit dieser Karte müsst ihr insgesamt drei Schränke öffnen und jeweils den Inhalt des Schrankes herausnehmen. Bei dem Inhalt handelt es sich um Zutaten für ein Wahrheitsserum oder Wahrheitselixier. Die Schränke befinden sich immer an der gleichen Stelle. Wo sich die Schränke konkret befinden, seht ihr jetzt im Video. Der erste befindet sich eigentlich ziemlich nah neben Packet Punch, neben dem allerersten Perk im Anfangsraum. Der zweite Schrank befindet sich vom Helipad aus links und der dritte Schrank befindet sich ungefähr über Juggerknock in diesem Büro. In welcher Reihenfolge ihr die Schränke öffnet, bleibt sich vollkommen gleich. Wichtig ist nur, dass ihr alle drei Schränke öffnet und euch jeweils das Gemisch herausholt. Als nächstes müsst ihr alle Zutaten vermengen. Dafür begebt ihr euch in den Bereich Feldlazarett. Diese befinden sich direkt neben den Baracken und dort gibt es eine Maschine, die das kann. Einfach die Aktionstaste gedrückt halten, ein bisschen warten, ein bisschen rumlaufen, bis es fertig ist und dann könnt ihr die Apparatur daneben, dieses Pumpsystem abholen und dann seid ihr eigentlich mit diesem kleinen Schritt schon fertig. Währenddessen spawnen Höllenhunde also ein bisschen aufpassen. Jetzt begebt ihr euch mit dieser Maschine zum Lüftungssystem über Dr. Pack, platziert es dort auf dem Lüftungssystem und daraufhin wird dieses Wahrheitsserum eben in den Raum geleiten. Und jetzt müsst ihr mit Dr. Pack wieder ein bisschen quatschen. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich der aufwendigste Schritt, aber wenn ihr wisst, was ihr machen müsst, ist es definitiv machbar. Und zwar zunächst brauchen wir aus dem Datenzentrum die Essenzfalle, die können wir uns jetzt einfach abholen. Als nächstes brauchen wir die Erinnerungen von drei speziellen Mimics. Pro Runde kann immer nur ein Mimic ein spezieller Mimic spawnen. Und zwar die drei Mimics befinden sich immer im gleichen Bereich, aber in unterschiedlichen Stellen. Das heißt, ihr lauft einfach den kompletten Bereich ab und schaut, ob ein Mimic spawnt. Die drei Bereiche sind einmal um Juggerknock rum, sprich bei dem einen Äther-Generator. Bei mir war da der erste Mimic und der ist halt eben aus diesem Office, aus diesem Büro herausgekommen. Seht ihr auch im Video. Der zweite Bereich ist um die Baracken rum. Beziehungsweise um die Baracken rum kann aber auch im Durchgang zum Äther-Generator bei Juggerknock sein. Dort war er in meinem Fall. Und der dritte Bereich ist im Anfangsraum oben in dem Raum. Das heißt, wenn ihr dort durchläuft und ein Mimic spawnt, top. Wenn keiner durchläuft, probiert einfach die anderen Bereiche aus und schaut, ob dort einer spawnt. Wenn einer spawnt, ist es eigentlich immer die gleiche Prozedur. Und zwar, ihr müsst ihn schwach schießen, sodass er ungefähr noch zwei, drei Hits braucht, bis er stirbt. Dann werft ihr eure Essenzfalle und aktiviert sie. In meinem Fall war es Doppelfieck, also wie auch immer C4 aktiviert. Und dann müsst ihr hoffen, dass der Mimic in der Falle ähnlich wie ein Pokémon im Pokéball bleibt. Kann sein, dass er ausbricht. Wenn dies der Fall ist, versucht ihn noch ein bisschen weiter zu schwächen und probiert es einfach immer wieder. Irgendwann bleibt er dann drin. Wenn die Falle kaputt geht, holt euch einfach eine neue. Und das macht ihr im Prinzip mit allen drei speziellen Mimics. Und zwar, wie findet ihr raus, ob es ein spezieller Mimic war? Ich habe dafür die Untertitel angemacht. Und zwar, wenn die Erinnerungen von einem Sokolov, von einem Brahms oder einem Zabim stammen, dann habt ihr einen richtigen Mimic. Wenn ihr alle drei Mimics, also alle Erinnerungen der drei Mimics habt, der drei richtigen Mimics, dann bekommt ihr eine weitere Chipkarte und es kann weitergehen mit dem nächsten Schritt. Eine wichtige Anmerkung habe ich noch zu diesem Schritt. Und zwar, wenn ihr einen Mimic gefangen habt, dann müsst ihr ihn direkt zum Datenzentrum bringen und dort erstmal die Erinnerung verhören bzw. abhören. Das heißt, ihr fangt einen Mimic, bringt ihn zum Datenzentrum, hört die Erinnerung ab, dann fangt ihr wieder einen Mimic und so weiter und so fort. Das Ganze macht ihr insgesamt dreimal und dann bekommt ihr eben die Karte. Die Karte, die ihr erhalten habt, müsst ihr jetzt in einen Computer stecken im Planungsbüro. Als nächstes könnt ihr euch schon mal das Äther-Portal anschauen. Das solltet ihr sogar machen, weil es wichtig ist für den nächsten Schritt. Dafür geht ihr einfach ein paar Meter weiter oben in die Kuppel eben und schaut euch die Äther-Kugel an. Jetzt werdet ihr feststellen, dass die Energie nicht ganz reicht. Dann geht ihr einfach wieder zu Dr. Peck, quatscht ein bisschen mit dem, der wird euch ein paar Hinweise geben, dies, das. Auf jeden Fall kommt dann Ravanov wieder ins Spiel. Der gibt euch Zugangsdaten für einen Spind. Diesen öffnet er, der befindet sich direkt neben Dr. Peck und daraufhin holt ihr eben dieses Äther-Meter raus. Bevor es jetzt konkret weitergeht mit dem nächsten Schritt, brauchen wir noch eine Schaufel und die ist eigentlich direkt daneben in diesem Schützengraben. Bei mir war sie jetzt zweimal an der gleichen Stelle, also ich denke, dass sie sich immer an der gleichen Stelle eben in diesem Bunker beim Schützengraben befindet. Jetzt brauchen wir drei verschiedene Äther-Kristalle. Wie bekommen wir die? Und zwar gibt es drei Stellen, in welcher Reihenfolge ihr die Äther-Kristalle euch holt, bleibt sich vollkommen gleich. Wichtig ist nur, dass ihr am Ende alle drei Kristalle habt. Fangen wir mit dem Äther-Kristall neben dem Planungsbüro an. Wir haben die Schaufel geholt, dass wir den Äther-Kristall erstmal ausgraben können. Wenn ihr Ton anhabt, dann werdet ihr wie mit so einem Metalldetektor hören, wenn was in der Nähe ist. Er ist eigentlich immer an der gleichen Stelle von dem her. Ja, braucht ihr euch nicht auf den Ton zu verlassen. Geht einfach zu der im Video gezeigten Stelle im Freigelände, haltet die Aktionstaste gedrückt, sprich grabt den Äther-Kristall aus. Jetzt werdet ihr feststellen, dass einige Äther-Kristalle in diesem Bereich spawnen werden. Es gibt nur einen Kristall, der der richtige ist. Insgesamt, ich weiß nicht wie viele es sind, sagen wir es mal, es sind 20 Äther-Kristalle. 19 von diesen 20 Äther-Kristallen haben so einen leicht schwarzen Rauch. Das seht ihr, wenn ihr reinschaut. Ein Äther-Kristall hat keinen schwarzen Rauch und das ist der richtige. Jetzt müsst ihr einfach bei dem richtigen Äther-Kristall die Aktionstaste gedrückt halten und ihn aufnehmen. Wenn ihr den richtigen gefunden habt, dann wird er euch im Inventar angezeigt und ihr könnt weitermachen mit dem nächsten Äther-Kristall. Als zweites habe ich den Äther-Kristall im Bereich Dschungelverteidigung gewählt. Ihr begibt euch einfach in den Bereich, haltet die Aktionstaste in der im Video gezeigten Stelle gedrückt, sprich grabt den Äther-Kristall aus und daraufhin müsst ihr einfach so eine halbe Minute, Minute in dem Bereich überleben und dann könnt ihr den Äther-Kristall abholen. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn diese Mangler-Zombies, diese russischen Panzersoldaten kommen und ihr die abschießt, dann kann es sein, dass ihr einen Teil für die Wunderwaffe bekommt, also nicht vergessen. Für den dritten Äther-Kristall begibt ihr euch in den Bereich Kaserne, dieser befindet sich direkt neben den Baracken und dort könnt ihr den dritten und letzten Äther-Kristall ausgraben. Jetzt werdet ihr feststellen, dass dieser, wenn ihr ihm zu nahe kommt, immer die Position verändert. Hierfür braucht ihr jetzt die Wunderwaffe und zwar benutzt ihr einfach den Granatwerferaufsatz, schießt auf den Äther-Kristall, daraufhin wird er sich nicht mehr bewegen und ihr könnt ihn abholen. Jetzt, wenn ihr ihn eingesammelt habt, müsst ihr alle drei Äther-Kristalle einfach in jeden Äther-Generator geben, sprich es gibt ja insgesamt diese drei Äther-Generatoren und jeder dieser drei Generatoren bekommt jetzt einfach Äther-Kristall und dann habt ihr diesen Schritt auch erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur ein paar Vorbereitungen treffen und dann kann es auch schon weitergehen mit dem Bossfight. Zunächst begebt ihr euch ins OPK und schaut euch dort das Äther-Portal an. Was da genau passiert, erfahrt ihr während des Easter Eggs, das will ich jetzt nicht extra spoilern. Jetzt müsst ihr euch nur noch maximal ausrüsten, also ich empfehle es euch zumindest, sprich packt, gepanscht alle Waffen, die ihr möchtet und holt euch alle Perks, die ihr möchtet. Des Weiteren empfehle ich euch, euch mindestens ein bis zwei Wunderwaffen zu holen und diese auch zu verbessern. Bevor wir jetzt zum Bossfight kommen, müssen wir noch ein kleines Minispiel spielen, darum geht es einfach, die Energie eines Lasers zu benutzen und umzulenken. Dafür begibt ihr euch ins Planungsbüro und aktiviert den Computer. Jetzt müsst ihr mithilfe der Richtungstasten einen Satelliten auswählen, wo keine Flagge zu finden ist, sondern ein Fragezeichen rechts angezeigt wird. Wenn der Satellit ein Fragezeichen enthält, das seht ihr rechts unten am Bildschirm, dann habt ihr den richtigen Satellit ausgewählt und jetzt müsst ihr einfach die Aktionstaste gedrückt halten und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Bossfight. Was müsst ihr dafür tun? Wenn ihr den richtigen Satelliten gefunden habt, werdet ihr sehen, wie so ein paar Laserbeams aus dem Weltall kommen, ein Einer um genau zu sein. Und jetzt müsst ihr euch einfach wieder ins OPK begeben und dort die Easter Egg Sequenz aktivieren. Nach einer kurzen Videosequenz kommt ihr dann wieder in den Anfangsraum, in den Hof und es geht gegen Orda, den Giant Zombie Boss, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, der Karte Firebase Z. Okay, eigentlich ist der Bossfight relativ einfach. Ich bin nur zu 1000% auf Nummer sicher gegangen, weil es echt ärgerlich für mich gewesen wäre, hier zu sterben. Deswegen bin ich ungefähr 30 Runden da gelaufen, immer durch die Häuser durch und habe halt immer nur ganz selten auf sein Auge geschossen. Stichwort Auge, das ist im Prinzip sein Weakspot und ab und zu sagt auch Ravenhoff was, jetzt schießen, er ist richtig verwundbar, sowas in der Richtung. Dann ist das Auge ja großflächig offen und dann könnt ihr ein bisschen mehr Damage als gewöhnlich machen. Ansonsten, ihr könnt euch alle Zeit der Welt lassen, passt nur auf, dass ihr nicht zu nah rankommt, weil ab und zu gibt es eine Attacke, ich glaube die macht sogar One Hit. Mir ist es zum Glück nicht passiert, aber so viel soll mal gesagt sein. Deswegen, ihr könnt euch Zeit lassen, wenn immer eine freie Minute mal eine freie Sekunde ist, dann schießt er einfach ins Auge, lauft ein paar Runden ganz gemütlich, werft vielleicht auch ein paar Affen, wenn ihr sie dabei habt und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn ihr dann dem Orada genug Schaden gemacht habt und er stirbt, seid ihr im Prinzip fertig mit diesem Easter Egg und dann gibt es noch die Easter Egg Cutscene. Ich möchte euch jetzt hier nicht unnötig spoilern, wenn wir die Cutscene sehen möchten, Link dazu findet ihr in der Infokarte und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Easter Egg und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euer Grand Warlord, ciao.